Hallo, ich bin Tobias von Fuzzy Rock. Unsere super leckeren Bonbons sind aus Xylit. Wir lassen unsere Bonbons einfach in ihrer natürlichen Konsistenz. Deshalb brauchen wir schon mal überhaupt keine Zusatzstoffe, um die in irgendeine Form zu pressen. Nicht mal für den echt genialen Geschmack brauchen wir künstliche Hilfsmittel. Alle fünf Geschmacksrichtungen entstehen ausschließlich mit natürlichen Aromen. Für alle, denen Xylit nichts sagt, Ich bin Tobias von Fuzzy Rock und Fuzzy Rock.